Da bin ich. Hast du alles, was du brauchst für anderthalb Stunden? Ist ja Kinofilm heute wieder. Das ist gut. Vorbereitung ist immer gut. Da bin ich gespannt. Ja, also wenn du dich mit drei Seiten vorbereitet hast, nehme ich an, dass du da Fragen mit verbindest und dann können wir die mal angehen. Klar, logisch, das ist deine Zeit. Ja, also wenn, also eigentlich, genau, eigentlich Bezug nehmend auf die, wir hatten ja zwei Gespräche, glaube ich, nur zwei, ist es ja im Endeffekt so wie ein Geschäftspartner, der dein Vertrauen aktuell nicht mehr verdient, bis sie dir anderes beweist und das ist zwar deutlich. Insofern finde ich tatsächlich das Vorgehen, die Analogie mit Vertragsabschluss oder Geschäftspartner wirklich sehr, 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 sehr gut, weil diesen Leuten begegnen wir ja frei von emotionalem Scheiß. Wir wollen sie beurteilen, inwiefern sie vertrauenswürdig sind. Und insofern ist jetzt das in the aftermath, also als der Schlusspunkt tatsächlich das Beste. Und deswegen hat mich deine Mail auch gefreut, dass du sagst, Joa, also das Gejammer ist jetzt vorbei. Ich möchte jetzt an mir arbeiten und du hast ein paar Themen genannt. Ich wiederhole sie einfach nur mal. Meditation interessiert dich, das Thema One-Eyeders, wobei das ja schon fast ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was du jetzt eben gesagt hast. Aber egal, ich lasse es mal stehen. One-Eyeders, dann Selbst-Ehre, Selbst-Achtung, Selbst-Respekt, über Flirten willst du reden, neue Leute, Frauen kennenlernen und damit auch The Game. Gut, schieß los. Wirf mir Zeug entgegen, bin gespannt. Was willst du wissen zum Thema Meditation? Sehr gute Frage. Weiß nicht, ob 90 Minuten reichen. Was ist der Sinn von Meditation? Gut, sagen wir es mal so. Wenn du, wie kommt man zum Beispiel zur Meditation? Also wenn du dein Leben lebst und dieses Leben ist stabil, also sagen wir mal, du bist 20 Jahre alt, du hast einen Freundeskreis, du machst eine Ausbildung oder hast einen Job, da läuft es auch ganz gut. Das Leben ist in geordneten Bahnen und es kommt keine Krise. Es kommt nichts Unerwartetes, was sich emotional herausfordert. Also das Leben, was du bisher aufgebaut hast und lebst, ist nicht herausgefordert. Wenn aber jetzt Dinge passieren, die dieses Leben herausfordern, merken wir häufig, sehr viele Menschen merken, dass sie geistig nicht dazu in der Lage sind, das zu integrieren, was da gerade passiert. Sie klammern an dem fest, was vorher war. Das gute Leben, die Stabilität, die Ordnung. Montags bis Freitags gehe ich arbeiten, Samstag mache ich dieses, Sonntag jenes. Auf diese Menschen kann ich mich verlassen, auf jenen nicht. Meine Eltern, pipapo. Das ganze System, also wenn man mal das Leben als System begreift, ist, das nenne ich manchmal auch so das Schönwetterleben. Also jeder kann während des Schönwetterlebens sich ein Sixpack antrainieren und eine coole Sau sein. Aber wir werden erst dann wirklich getestet und geprüft, wenn irgendetwas passiert, was eben diese Routine und diese leichte Struktur herausfordert. Und dann müssen wir schauen, wie gehen wir mit diesen Provokationen um. Und wenn wir jetzt an diesen alten Sachen festhalten, also mit Provokationen meine ich, dass diese Krisen ja uns provozieren. Oder mental auch, dass wir überschwemmt werden von einer mentalen Katastrophe. Wenn wir aber nicht begreifen, dass wir jetzt eine neue Situation haben und so tun, als könnten wir die alte Situation festhalten, dann leiden wir. Und der Buddha, also die historische Person, es war ja tatsächlich eine historische Figur, die vor ca. 2500, 2600 Jahren in Nord- und Osten Indiens gelebt hat. Das war ein Mensch, der um die 80 Jahre alt wurde und gestorben ist an Nahrungsmittelvergiftung, nachdem er Wildschwein gegessen hat. Steht so in diesen alten Schriften. Es war also erstmal ein historischer Mensch und kein Gott. Und er hat, wie er sagte, herausgefunden in der Betrachtung des Leidens anderer Menschen. Wer wird aufgeführt? Ein Kranker, ein Toter, ein Mann, der alt ist und am Alter schwer zu schleifen hat, hat der Buddha festgestellt, eigentlich egal, was man hat im Leben, nichts davon kann man festhalten. Alles wird irgendwann mal uns verlassen. Und egal, was wir tun, wir können dem Leiden nicht entkommen. Weil auch wenn wir uns jetzt gesund fühlen, wir werden wieder krank werden und dann leiden wir. Wenn wir etwas lieb gewonnen haben und sei es nur, was heißt nur, sei es ein Haustier oder sei es ein Arbeitsplatz oder sei es auch nur deine Lieblingskaffeetasse, all das wird von dir gehen, entweder von dir genommen werden oder sich selbst auf den Weg machen wie deine Ex. Und das heißt, Meditation kann uns helfen, da drin loslassen zu üben und nicht zu sehr anzuhaften an den Dingen. Weil je stärker du etwas versuchst festzuhalten, was nicht mehr da ist oder im Begriff ist zu gehen, je stärker du deinen Griff, deinen mentalen Griff, deinen emotionalen Griff, wie zum Beispiel um die Ex oder die Lieblingskaffeetasse, die jetzt kaputt gegangen ist oder dein Auto, das ein Kratzer bekommen hat oder dein Berufsleben, was am Arsch ist, egal was es ist, je stärker du deinen Griff darum fasst, je mehr wirst du daran leiden. Und die Lösung für das Leiden ist es, zu lernen, loszulassen, was nicht bei dir bleiben kann oder bei dir bleiben will. Und das ist die Übung der Meditation. So, das ist jetzt erstmal eine Einführung, weil du gefragt hast, warum meditieren soll ich hier? Deswegen, weil wenn wir nicht meditieren, wenn wir es nicht können, unseren Geist zu managen, damit umzugehen, mit unseren Bedürfnissen, Begierden, mit Anhaftung und Loslassen, wenn wir das nicht navigieren können, sind wir meiner Meinung nach keine Menschen. Weil der Mensch hat einen, ja, ja, genau, Geist managen. Aber was ich meine, ist, wir sind keine Menschen, wenn wir das nicht können. Dann sind wir nur Tiere, die reagieren, oh, da rennt jemand weg, ich will den haben. Oder da ist jemand, ich will den haben. Oder das will ich nicht, das will ich von mir wegdrücken. Dann sind wir wie Tiere, die nur noch auf Reize reagieren. Aber ein wahrer Mensch in meinen Augen ist jemand, der auch rational Dinge betrachten kann und sehen kann, hey, diese Frau will nichts mehr von mir. Und dann muss ich alles in mir tun oder lassen, was diesen Prozess des Loslösens stärkt. Und je mehr ich irgendwie in diese Richtung von dieser Frau gehe, obwohl sie mich nicht mehr haben will, je mehr werde ich leiden. Das heißt, für mich sind Leute, die leiden an einer Trennung, absolut zu 100% selbstverantwortlich für dieses Leiden. Ganz klar können sie erstmal damit nicht umgehen, weil sie herausgefordert sind. Wir haben Beispiel der Flut, die dich überwältigt und du hast keine Methoden, du hast keine Struktur in dir, keine Praxis in dir, um vernünftig damit umzugehen. Und deswegen bist du erstmal überrollt. Aber die Meditation kann es dich lehren, in jedem Augenblick deines Lebens, in jedem Augenblick deines Lebens zu dir zu kommen. Und dann erstmal zu sehen, okay, hier geht jetzt gerade was kaputt oder irgendetwas verlässt mich. Aber diese Ruhe, die ich in mir kultivieren kann, die kann mir niemand nehmen. Und das ist Meditation. Ja? Nein. Nein. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Also es stimmt und stimmt nicht gleichzeitig. Also erstmal, man soll in Meditation nicht denken, ist schon eine problematische Aussage als solche. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe. Sobald du an etwas anhaftest, ja, leidest du. Hast du das verstanden? Weißt du, was ich damit meine? Okay. So, wenn ich jetzt aber meditieren möchte und sage zu mir, ich darf jetzt an nichts denken, was tue ich gerade? Wenn ich das sage? Ja, genau. Erstens denkst du ganz genau. Das ist ja absurd. Das ist so, wie wenn ich dir sagen würde, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Sofort denkst du dran. Oder wie wenn wir nicht einschlafen können und wir sagen, ich will jetzt aber einschlafen. Es funktioniert nicht. Eigentlich fast dasselbe. So, wenn ich sage, ich möchte jetzt meditieren und ich darf an nichts denken, dann hafte ich an, an der Idee, dass ich nicht denken darf. Und dann werde ich in der Folge natürlich denken und ich werde leiden, weil ich dann nämlich sage, ich kann ja gar nicht meditieren. Und ich denke ja die ganze Zeit, was zu noch mehr Leiden führt und zu Selbstabwertung. Und das wäre natürlich falsch. Insofern, das ist der falsche Aspekt deiner Aussage. Der falsche Aspekt deiner Aussage, ich darf an nichts denken, ist, nicht dürfen, sollen, müssen. Was richtig ist, ist, dass wahre Meditation, also, wobei auch das wieder problematisch ist, ehrlich gesagt, aber, bleiben wir mal dabei, eine meditative Erbringung oder Erlangung ist es natürlich, wenn du plötzlich merkst, ich denke an nichts mehr. Du spürst, ich bin vollkommen bei mir, wie zum Beispiel nur bei meinem Atem oder so. Und das ist natürlich ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, was eigentlich mit meditativer Übung gar nicht so schwer ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, ja, es kommt einerseits von selbst, du musst da die Grundlagen setzen dafür, dass es von selbst kommt. Es ist wie, wenn du einen Samen nimmst und in die Erde steckst. Wenn du an dem Gras dann ziehst, es wird nicht schneller wachsen. Du musst eben einfach Zeit lassen. Du musst es auch ignorieren, du musst ab und zu mal es pflegen, aber ansonsten musst du dein Leben weiterleben und irgendwann stehst du vor dem Gras und merkst, hey, es ist gewachsen. Und genauso ist es mit Meditation. Klar, du musst es dir vornehmen, du musst es üben, aber du darfst nichts wollen. Weil sobald du etwas willst, haftest du an und bist dann enttäuscht und dann hast du dir ein weiteres Problem in dein Leben geholt, was du vorher nicht hattest, nämlich, ich kann nicht meditieren. Davor hattest du nur das Problem, Ex will mich nicht. Und jetzt hast du ein neues Problem und es wäre schlecht. Ja, ja, also was mir, ich gieße mir gerade mal kurz einen Kaffee ein. Was mir gut gefällt, genau, den gedankenfreien Lauf lassen. Es ist so, wenn du jetzt mal deine Augen schließt, mach das vielleicht ganz einfach mal, mach mal deine Augen zu. jetzt nimmst du deine beiden Hände und du schließt mit einer Hand, umschließt du den Daumen der anderen Hand. Sagen wir mal, die rechte Hand umschließt den linken Daumen. Und jetzt drückst du fest. Jetzt machst du erstmal nichts anderes als das und ich halte die Klappe. So, konntest du an irgendetwas gut denken? Ja, konntest du an irgendetwas denken? Im Sinne von wegen tiefdenken, komplexdenken. Was hast du gedacht, als du diesen Daumen festgepackt hast? Ja, okay. Also der Punkt ist solcher. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Ich hätte dir vielleicht mehr Zeit lassen müssen, aber ich will deine Zeit nicht verschwenden. Der Punkt ist, wenn du eine muskuläre Anstrengung erbringst, sei es schwere Scheiße heben, im Fitnessstudio, bist du voll bei dir. Deswegen rennst du vielleicht häufig ins Fitnessstudio, weil das wie ein Puffer ist, manchmal auch vor dem Leben. Da kannst du nämlich abschalten. Aber warum kannst du abschalten? Du kannst abschalten, weil sobald dein Körper eine muskuläre Anstrengung hat, fällt es dir wahnsinnig schwer, an Dreisatz zu denken oder an deine Ex. Es ist nicht unmöglich, weil wenn du dich immer noch mental anstrengst, kannst du immer noch an die Ex denken, aber deine Aufmerksamkeit ist dahin gezogen zu dem Muskel, der gerade arbeitet. Und insofern ist dieses kleine Experiment, wie etwas mal fest zu packen, weist schon darauf hin, wie Meditation funktionieren kann. Ein häufiges Meditationsobjekt, das wäre jetzt ein Meditationsobjekt gewesen, ein häufiges Meditationsobjekt ist die Atmung, sodass du da sitzt und du atmest ein und aus durch die Nase. Und man konzentriert sich entweder, je nach meditativer Tradition, gibt es hier verschiedene Leute, die verschiedene Dinge sagen, entweder nur auf den Luftstrom an der Nase oder man konzentriert sich auf das Heben und Senken der Bauchdecke. Beides sind körperliche Phänomene, die immer da sind. Du kannst nicht aufhören zu atmen. Wenn du aufhörst zu atmen, über längere Zeit bist du tot. Das heißt, das Gute an dieser Atembetrachtung ist, dass es immer da ist. Ob du Stress hast oder nicht, ob du Angst hast oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht, ist es egal, es ist immer da. Und das wird durch meditative Übungen so etwas wie zu deiner Zuflucht. Das ist wie ein Trainingscenter, wie ein Fitnesscenter, nur nicht für deinen Körper, sondern jetzt für deinen Geist. Und indem du dich immer wieder auf deine Atmung konzentrierst, also wenn du sagst, ich möchte jetzt mal 15 Minuten meditieren oder eine halbe Stunde oder so, nimmst du dir die Zeit vor, du hältst dich auch an dieser Zeit fest, du stehst nicht früher auf, du unterbrichst es nicht, du entwickelst Disziplin, aber durch dieses ständige Üben, dieses immer wieder Atmens, merkst du, hey, es kommen immer noch Gedanken. Und dann kommt das, was du gesagt hast, du lässt sie einfach zu. Du merkst, da ist ein Gedanke an Einkaufen. Ich muss Eier einkaufen und habe keine Mayonnaise. So, irgend so etwas Bizarres, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt her? Aber du verfolgst den Gedanken nicht weiter. Das ist wie ein Angebot, was vorbeikommt. Dieser Gedanke ist wie ein Angebot, hey, denk mal über Mayonnaise und Eier nach. Und dann denkst du so, ne, will ich nicht, will wieder den Atem beobachten. Und durch diese Übung wirst du in Zukunft, verspreche ich dir, auch mit Stress und mit vor allem dem emotionalen Stress besser umgehen können, weil, hey, da ist, ich will meine Ex schreiben, aber mein Atem ist da für mich. Ich konzentriere mich wieder auf meinen Atem. Der Ex zu schreiben war nur ein Angebot, dem muss ich aber nicht nachfolgen. Ich kann mich wieder auf mich selbst konzentrieren. Und dann wird Meditation etwas, was mit der Zeit, also wirklich mit der Zeit, und ich mache es ja schon seit Jahrzehnten, aber mit der Zeit wird es etwas, was dein Leben eigentlich die ganze Zeit, es ist wie ein Summen im Hintergrund. Weil ich meditiere ganz häufig. Also ich jetzt zum Beispiel, kurz bevor wir telefoniert haben, war ich in der Küche und habe heißes Wasser gemacht. Ich habe einen Wasserkocher genommen. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich meditiert habe. Ich habe den Wasserkocher in meine linke Hand genommen. Ich habe ihn von dem Sockel gehoben. Ich bin zum Wasserhahn gegangen. Ich habe den Wasserhahn geöffnet, habe Wasser reinfließen lassen, bis zur Hälfte des Kochers, zurück wieder drauf gesteckt und so weiter und so fort. Der komplette Prozess war hochkonzentriert und wie man so schön sagt, achtsam. Und in diesem Moment kann ich dir versprechen, habe ich nicht existiert. Ich war gar nicht da. Es hat mich nicht gegeben. Ich hatte keinen Namen. Ich hatte keine Erinnerung. Ich hatte keine Zukunft. In diesem Moment war ich nur der Prozess, Wasserkocher nehmen, mit Wasser füllen. Jeden einzelnen Schritt habe ich konzentriert und achtsam verfolgt. Und in diesem Moment war ich befreit. Und das ist die Kraft von Meditation. Danach, als ich dann, als ich gemerkt habe, so, Wasserkocher macht jetzt sein Ding. Stromkreis ist geschlossen. Das Wasser wird jetzt erhitzt. Habe ich mich wieder auf dich konzentriert und dann habe ich dich tatsächlich auch angerufen. Und dann war ich wieder da. Coach Micha war wieder komplett da. Und auch wieder der Mensch, der ich sonst bin, war wieder komplett anwesend in diesem Moment. Aber für diese kleine Übung war ich weg. Und das sieht man, gleich lasse ich dich reden, das sieht man auch in der japanischen Tee-Zeremonie, die du vielleicht kennst, wo dann Leute sitzen und da kommt so eine Geisha, glaube ich. Und dann wird Tee serviert, aber nicht irgendwie. Da kommt keiner hin und haut dir da wie so eine Flasche Bier den Tee auf den Tisch, sondern das sind ganz konkrete, vorher einstudierte und fast ritualisierte, wichtige Bewegungsabläufe. Und die dürfen nur so ausgeführt werden. Und in diesem Prozess, dieser Tee-Zeremonie, meditieren eigentlich alle. Weil das Zeremoniell ist so festgelegt, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Und das ist die Kraft von Ritualen generell. Ob es in der Kirche ist oder bei Muslimen, wenn die sich die Füße vorher waschen. All das sind ja auch Rituale. Und während diesen Ritualen hat man auch die Chance, aufzuhören, zu existieren. Und sich etwas Größerem zuzuwenden, wie in manchen Religionen Gott. Oder bei mir wäre es eher eine Konzentration auf ein Meditationsobjekt wie Atmung. Okay. Naja, also Meditation, um vielleicht das Thema abzuschließen, alleine lernen ist nicht möglich. Meiner Meinung nach. Also man muss schon, ja, nicht unmöglich. Es gibt Leute, die, denke ich mal, sage ich mal, talentierter dazu sind. Also wenn wir zum Beispiel in die Historie zurückgehen und mal bei dem historischen Buddha bleiben, dann wird halt erzählt, dass er als Kind automatisch einmal meditiert hat, als er unter einem Baum saß. Ja, er saß als Kind unter einem Baum und dieses Gefühl, unter dem Baum zu sitzen, in diesem Moment war er vollkommen eins. Ja, also das kennst du vielleicht auch. Also viele von uns haben auch solche Erlebnisse, wo man denkt so, wow, das ist ja cool, so, ja, wo alles unbeschwert ist plötzlich. Ja, und man plötzlich in irgendeinem schönen Moment ist. Du bist auf einem Berg in den Alpen und schaust in die Ferne. Ja, also es kann so ein sehr, sehr eindrücklicher Moment sein, der uns überwältigt. Ja, und für dieses Kind Buddha, also der da noch nicht der Buddha war und auch noch nicht so genannt wurde, war das ein eindrückliches Erlebnis, zu schauen, wie kann ich denn wieder da hinkommen. Das war sehr schön. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Wie schaffe ich es denn da hinzukommen? Und der hat ja dann selbst eine Reise gemacht, die, weiß was ich, zu verschiedenen anderen Meditationsmeistern der damaligen Zeit, der Hinduismus ist ja schon Jahrtausende alt, ist er hier hingegangen und dorthin gegangen, hat überall ein bisschen was mitgenommen, wie man meditiert. Was ich aber sagen will, ist, selbst Buddha musste meditieren lernen. Ja, selbst der historische Buddha hat es ja nicht erfunden, sondern er ist in einem Milieu groß geworden, wo das eine Praxis war. Es ist so, in einer Gruppe hat man erstmal eine große Motivation hinzugehen, weil die Leute sind vielleicht nett. Dann gibt es da ein schönes Ritual, vielleicht zündet man irgendwie Räucherwerk an oder wann, vielleicht meditieren die irgendetwas Seltsames, haben komische Bilder an der Wand hängen. Aber man hat einen konkreten Termin, ja, so wie vielleicht, weiß was ich, Sport zu treiben oder so. Bei mir war das so, ich bin Montag und Donnerstag abends um sechs Uhr in so ein Zen-Dojo gegangen, wo meditiert wurde. Und ich habe mich tatsächlich sehr drauf gefreut. Bin manchmal schon ein paar Minuten früher gekommen, um schon mal ein bisschen runterzukommen vom Alltag. Und dort habe ich gelernt, was es halt auch bedeutet, diszipliniert zu sitzen, wie man so schon sagt, weil beim Meditieren sitzt du ja meistens. Ja, und da hinzugehen und sich hinzusetzen, eine halbe Stunde und nicht, oder so gut wie gar nicht zu bewegen. Und es auszuhalten, wenn es einmal scheiße geht und mit diesem mir geht es aber heute scheiße, trotzdem zu sitzen, ohne Ablenkung, weil das ist es. Ohne Musik, ohne Film, ohne Verdampfer oder Zigaretten, ohne, 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 ohne. Du bist nur mit dir. Und das mal auszuhalten, über eine halbe Stunde, ohne sich kratzen zu können, ohne zu gähnen, ohne sich umzugucken, ohne sich ablenken zu lassen, ist ein Stress. Und wenn du das lernst, das auszuhalten, in der Gruppe, bist du ein mentaler Krieger geworden in meinen Augen. Dann bist du auf einem anderen Level. Und das lernt man am besten tatsächlich in der Gruppe. Weil wenn du alleine dich hinsetzt und machst irgendwie so eine komische Meditations-App oder so ein Kram an, wovon ich nicht viel halte, dann kannst du auch noch fünf Minuten sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Da ist niemand, der sagt, hey, wieso stehst du auf? Setz dich wieder hin, wir meditieren jetzt. Sehr gut. Das ist voll gut so. Das ist voll gut so. Ja, ja, absolut. Und da passt ja dieses Beispiel von mir vielleicht gut dazu mit dem Gras. Wenn du immer das Gras anguckst, hast du das Gefühl, es wächst nicht. Du musst es einfach in Ruhe lassen und auf einmal merkst du, wie es gewachsen ist. Und das ist ein guter Prozess. Nicht dran ziehen, nichts beschleunigen, aber auch nicht auf der Bremse treten. Einfach gute Bemühungen im Leben haben. Das, was du sagst mit dieser Praxis, du hast da wohl ein Buch genutzt und 20 Minuten, zwei, dreimal die Woche sich hinsetzen, das ist eine ganz wunderbare und schöne Sache, wenn man das hinkriegt. Und generell, so etwas, um günstigen Prozessen sich anzustrengen. Und dazu gehört ja auch, die scheiß Bude aufzuräumen. Weißt du, Meditation oder dieser eigene Prozess der, was weiß ich, verstärkten Selbstachtung oder Selbstbewusstheit im Sinne von Bewusstheit. Weil wer selbstbewusst ist, ist sich ja seiner selbst bewusst. Und das bedeutet natürlich auch Konsequenzen zu ziehen. Wenn ich plötzlich anfange, mir meiner selbst bewusst zu werden, merke ich, ich habe aber auch Verantwortung mir selbst gegenüber. Und dann muss ich mal anfangen, mein Leben aufzuräumen. Und all das gehört zusammen. Und man merkt, sobald man aufsteht, und so geht es mir in meinem Leben, sobald ich aufstehe, ist Meditation und Leben, Arbeiten, Coachen, Abwaschen, Sport treiben, ist alles eins. Nichts davon ist großartig getrennt, weil das ist wie diese Summen im Hintergrund, was ich dir vorhin schon gesagt habe. Es ist immer irgendwie da. Das ist ein Prozess. Ich weiß, ich werde irgendwann mal sterben. Ich werde wieder krank. Ich werde Leiden erleben, aber ich werde auch schöne Momente erleben. Und ich muss die Wellen surfen in meinem Leben, wie sie kommen. Aber ich darf nie aufhören, mich zu bemühen, für mein Leben Gutes zu tun. Und dann plötzlich merken Leute, hey, der Typ verändert sich. Und du selbst merkst es auch. Und das ist etwas sehr Schönes.